Weiter geht es mit einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Wir müssen, bevor wir den Markt hier eröffnen, erstmal nochmal ein paar Dinge nachbestellen. Wir haben in der letzten Folge schon mal damit angefangen. Wir haben also schon das ein oder andere aufgefüllt. Toilettenpapier und so weiter ist schon voll. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch durchgucken, was jetzt eigentlich noch fehlt und das noch nachbestellen. Und dann können wir den Markt schon eröffnen. Rechnung hatten wir auch schon bezahlt. Preise haben wir auch schon im Markt angepasst. Also ist soweit das alles schon mal gut und startklar. Ja, genau. So, hier fehlen aber noch so vereinzelt ein paar Dinge, wie zum Beispiel hier diese Kuchen. Hatten wir die nicht eigentlich erst nachbestellt letztens? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sind die schon wieder leer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nehmen wir gerade mal mit. Dann haben wir hier drüben Müsli. Da haben wir aber von jeder Sorte noch ein bisschen was da. Also ist das hier auch schon abgeschlossen. Das ist abgehakt. Dann gucken wir gerade mal hier hinten bei den Getränken. Ich würde aber sagen, so auf den ersten Blick bei den Getränken sieht es auch sehr gut aus. Da müssten wir auch noch alles da haben. Pizza haben wir noch da. Eis haben wir noch da. Pommes haben wir noch da. Ähm, Krabben, Sticks oder was auch immer das waren, haben wir noch da. Dann haben wir hier die Sachen noch vorhanden. Dann gucken wir hier drüben. Also hier, die Seite auch komplett abgehakt. Wir schauen mal hier drüben. Lachs haben wir da. Thunfisch, Sushi. Das, 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 das. Das, okay, wir brauchen aber Parmesan. Parmesan ist auch noch all. Gut, dann bestellen wir den auch noch nach. Eins, zwei, drei, vier, vier, ups. Viermal passt noch auf die Liste drauf. Brauchen wir noch zweimal. Dann haben wir das Regalfach auch wieder voll. Dann wird das hier auch abgeschlossen. Dann gucken wir gerade mal hier drüben. Öl haben wir noch da. Mayonnaise ist ein bisschen eng. Aber ich glaube, wir haben davon einiges im Markt. Joa, also das sollte normalerweise reichen. Brauchen wir nicht direkt nochmal nachbestellen. Ketchup haben wir noch da. Hot, hot haben wir da. Eier haben wir da. Ja, somit das hier auch abgehakt. Wir schauen nochmal hier drüben. Nochmal grob durch. Das sieht aber auch alles ganz gut aus. Außer die Nudeln. Die Nudeln fehlen. Eins, zwei, drei, vier. Müsste jetzt, denke ich mal, passen. Genau, sind viermal drauf. Dann haben wir das auch wieder nachbestellt. Puderzucker und so haben wir auch noch da. Da haben wir auch ordentlich was im Markt, glaube ich. Oder? Ne, wobei. Puderzucker und so hatten wir das nicht hier. Ach doch, also von dem Braunzucker, also vom Susu rede ich die ganze Zeit. Da haben wir hier unten ein komplettes Fach und von dem Zeug haben wir da oben ein komplettes Fach. Es ist genug im Markt. Also brauchen wir jetzt nicht nachbestellen. Warten wir erstmal, bis es leer ist. Dann schauen wir mal hier. Ah, geschnittenes Brot ist ein bisschen eng, aber sollte noch passen. Wir können ja dann im Laufe des Tages hier noch nachbestellen. Hier habe ich ganz viele leere Kisten drin stehen für die nächste Umräumaktion. Kartoffeln haben wir noch da. Bleismittel haben wir soweit noch da. Reiniger haben wir da. Geschirrspültabs haben wir noch da. Aber das haben wir noch da. Hier ist alles noch vorhanden. Und somit können wir eigentlich die letzte Bestellung abgeben und dann den Markt eröffnen. Genau. Klingt, glaube ich, nach einem Plan. So, dann haben wir jetzt, wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, hatten wir, da haben wir, glaube ich, mit 20.000 rum begonnen. Dann haben wir einmal aufgemacht und jetzt haben wir nur noch 19.940. Wir haben also ultra teures Zeug nachbestellen müssen in der letzten Folge. Das ist natürlich nicht so super. Aber gut, wollen wir mal gucken, was jetzt heute alles so bei dem Tag hier rumkommt. Ich hoffe einiges. Wir sind ja immer noch dabei, hier Geld zusammen zu sparen. Und ich denke mal, dass wir jetzt aber, ja, ein bisschen mehr Gewinn machen als bei der letzten Ladeneröffnung. Da haben die Kunden halt auch echt wenig eingekauft und günstiges Zeug. Und ja, dann waren es auch noch weniger Kunden. War alles ein bisschen doof gelaufen. Naja, so, ich wollte eigentlich jetzt noch zum Anfang der Folge ansprechen, dass die Folge heute nicht so lang werden kann. Ich bin momentan gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, kam auch gerade erst vom ärztlichen Bereitschaftsdienst nach Hause. Ähm, darf jetzt Antibiotika nehmen, juhu. Ähm, und dadurch fehlt mir halt einfach ein bisschen Zeit. Wobei ich sagen muss, ich bin ultra schnell beim Bereitschaftsdienst jetzt am Wochenende durchgeschleust gewesen. Krass, war voll wenig los. Ich war, glaube ich, jetzt insgesamt 50 Minuten oder so nur da. Finde ich wenig. Normalerweise zwei, drei, vier Stunden ist dann normal. Aber jetzt so eine Stunde oder knapp eine Stunde ist okay. Ist okay. Naja, ach gut. Ja, der Sonntag heute ist nicht ganz so erfolgreich, wo die Folge rauskommt. Ich habe eine Folge komplett ausfallen lassen. Das schaffe ich jetzt überhaupt nicht mehr aufzunehmen. Ähm, vielleicht heute Abend mal gucken, wie es mir bis dahin geht. Ob ich das Antibiotika vertrage und so weiter. Und, ähm, ob ich die Kraft dazu habe, heute Abend nochmal aufzunehmen. Mal schauen. Mal schauen. Ähm, ja, ansonsten fällt halt am Sonntag mal eine Folge aus. Beziehungsweise ein Let's Play ist wahrscheinlich ausgefallen. Mal gucken, wie gesagt, vielleicht schaffe ich es noch aufzunehmen, heute Abend, morgen früh. Mal schauen. Ähm, und ich hoffe, dass dann nächstes Wochenende wieder alles normal läuft. Und, ähm, genau. So. Dann haben wir den ersten Kunden. Und er hat schon mal ordentlich hier was eingekauft. Also für 122,30. Es klingt schon besser als in der letzten Folge, wo die Kunden nur so für 14, 15, 20 Dollar was eingekauft haben. Es ist auf jeden Fall schon besser. Gut. Äh, ja, ich wollte jetzt hier mal gucken. Beziehungsweise das Lager so ein bisschen im Auge behalten. Falls halt nötig, direkt noch irgendwelche Sachen nachbestellen. Ich meine, so Sachen wie Bleismittel und so ein Kram, das kann man immer nachbestellen. Ja, das, ähm, brauchen wir immer. Komm, machen wir gerade einfach mal. Dann haben wir das auch wieder komplett da. Räume ich dann auch sofort weg. Ist ja gerade eh niemand an der Kasse. So, ups. Brauche ich nicht aufmachen, die Kiste. Die können wir einfach. Ach, komm, jetzt habe ich gedacht, das ist leer. Dann hat doch jemand wieder eine Kiste in der Hand gehabt. Das ist natürlich super. Ich stelle die Kiste einfach mal hier hin. Dann räumen die die vielleicht nicht ganz so schnell weg. So, die andere Kiste haben sie jetzt aber weggeräumt. Okay. Na dann. Hoffen wir, dass die Kunden einfach viel einkaufen. Und es geht schon wieder weiter. Die Kundin hat jetzt für 6,99 nur eine Tiefkühlpizza gekauft. Ja, wow. So wird es wirklich nichts mit dem Reichtum. 133,55. Die Kundin ist schon wieder viel sympathischer. Die ist besser. Ja, das ist immer so ein bisschen Kundenverschwendung, wenn man hier so Kunden hat, die einfach für total wenig Geld Sachen kaufen. Weil wir halt nur die begrenzte Anzahl an Kunden haben. So um die zwischen 80 und 89 Kunden haben wir jeden Tag. Wenn natürlich dann 10 Kunden mit dabei sind oder 15 Kunden mit dabei sind, die nur für 5 Dollar was kaufen, dann wären wir nicht reich. Dann machen wir hier Verluste. Naja. So. Gut, die Dinger stehen immer noch hier. Genau, er nimmt jetzt hier nochmal so ein paar mit. Dann kann ich hier direkt wieder auffüllen. Dann haben wir da noch eine Packung drin. Wunderbar. So, ich wollte jetzt hier mal gucken. Wir hatten noch einmal Mayonnaise hier. Dann haben wir die Kiste leer. Der nächste Kunde wartet an der Kasse. Wunderbar. Also die Folge wird wahrscheinlich, um nochmal zum Thema zurückzukommen, nur so ungefähr eine halbe Stunde lang. Statt 45 Minuten. 877 haben wir hier. Zack, zack. 877. Gut. Tja, die Kunden sammeln sich hier gerade so ein bisschen an der Kasse 4. Ich will hier immer noch so ein Nummernhängen haben. Oder so eine Säule mit einer Nummer dran, wo man dann verschiedene Farben irgendwie anzeigen lassen kann. Wie grün, Kasse ist geöffnet. Gelb blinkend oder ein weißes Licht blinkend an der Kasse, wo dann irgendwie steht, Kasse schließt gleich. Oder nicht mehr anstellen. Wobei das die meisten Kunden in der Realität ja ignorieren. Und rotes Licht dann für Kasse geschlossen. Hätte ich ultra gerne. Wäre mir so viel lieber als irgendwie so ein Pappschild, was man da auf das Förderband da drauf legt. Aber gut. Hauptsache man kann die Kassen öffnen und schließen. Aber das wäre so ein Verbesserungswunsch, den ich hier hätte. Ich wollte gerade sagen, geht der Kunde ohne zu bezahlen? Nee, der geht nur vor und holt sich die Sushi. Gut, Mayonnaise kann ich danach bestellen. Die war ja leer. Das könnte man schon mal machen. So. Genau. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich das Bleichmittelpaket hier leer bekomme. Leider nicht. Oh, jetzt sind sie alle an Kasse 5 gestürmt. Krass. 38, 18. Dankeschön. So, der nächste ist hier an der Kasse. Dann machen wir direkt weiter. 122, 97. Wunderbar. 100, ups, ups. Direkt mal ein bisschen mehr Geld eingenommen. Wegen falschem Betrag, was ich eingetippt habe. Nee, hab's ja noch gemerkt. Ich will ja hier die Kunden nicht abzocken. Wir wollen das ja hier alles offen und ehrlich halten. Oh, da geht sowas natürlich nicht. So, sie hat auch bezahlt. Wunderbar. Passend bezahlt sogar. Gut, da kommen gerade nochmal ein paar Kunden angestürmt. Ansonsten wäre das echt schon wieder so ein richtiger Verlusttag gewesen. Aber gut. Kann ja nicht sein, dass wir so mehrere Verlusttage hintereinander haben. Das wäre ja wirklich schlimm. So, wie sieht's aus? Ich kann die Kiste leer machen. Wunderbar. Okay. Dann einmal hier ab in den Müll. Und ich stürme nochmal an die Kasse. Das Marti-Reis 1911 haben wir da. Wunderbar. So, bisschen Geschirrspülmittel. Beziehungsweise Geschirrspültabs. Sehr schön. Gut, Kasse 4 ist aber heute wirklich der Renner. Kasse 4 ist der Renner. Da wollen alle dran. Ja, ich könnte ja schon mal hier ein bisschen Kisten wegräumen. So. Und wir haben die nächsten Kunden an der Kasse. Da rennen wir gleich mal hin. Was haben wir denn da? 83,50. Musste er bezahlen. 16,50 kriegt er zurück. Okay, dann machen wir das schon mal so. Sind wir bei 16 und dann auf 50. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Während er schon wegrennt. Und dann schauen wir hier. So. Jo, ordentlicher Betrag. 114,29. Klingt gut. So, dann haben wir hier das. Das, das. Und zack. Perfekt. So, 8,6,8,1. Wunderbar. 2,49. Ob es jetzt habe ich da doppelt geklickt, wollte ich gar nicht. So, sind wir bei 45. Dann noch 4 Cent hinterher. Und weiter geht's. Ja, ich habe aber das Gefühl, diesmal sind wir trotzdem, obwohl wir ja auch, wir hatten eine Kundin, glaube ich, die für 96 eine Pizza gekauft hatte. Ansonsten sieht es heute wieder besser aus. Sind jetzt bei 26.000 angekommen. Klar, ich muss auch wieder einiges nachbestellen. Aber ansonsten, ja, so auf ersten Blick geht's wieder aufwärts. So, sind wir bei 19. Da müssen wir noch 28 rauskramen. Haben wir somit. Perfekt. Au. Sind die wirklich schon wieder leer gegangen? Hatten wir davon nicht da oder haben die nicht aufgefüllt? Nö, die sind tatsächlich schon wieder leer. Krass. Die anderen waren, glaube ich, auch leer. Oder hast du Geschirrspül-Tabs dabei? Nee, hast du nicht wahrscheinlich. Gut, das ist halt auch schweideteuer, das Zeug. Das ist halt auch schweideteuer. Na gut. Ist das wirklich leer gegangen? Es wird echt Zeit, dass wir den nächsten Ausbau hier starten können, damit ich das auch wieder ein bisschen aufteilen kann, hier das Regal. Momentan ist es platzmäßig halt hier so ein bisschen eng. Sobald wir den nächsten Ausbau uns endlich leisten können, gucke ich, dass wir das Regal hier ausbauen können. Vielleicht stelle ich das dann auch hier um, dass das Zeug vielleicht dann hier drüben hinkommt, die Soßen irgendwie dann, keine Ahnung, hier hinten mit dazu. Wäre vielleicht eh passender, wenn wir hier das Ketchup-Zeugs hier hinten hinstellen, wo man auch Nudeln und so weiter hat. Und hier das Fleischzeug. Ich meine, Ausbau könnte ich dann, also ein Regal da hinstellen, könnte ich dann trotzdem noch nicht. Aber auf jeden Fall dann, sobald wir hier den Ausbau gemacht haben. Das merken wir uns einfach mal. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Das da dann tauschen. So, wir haben jetzt 84 Kunden gehabt. Oh, Gott sei Dank sind alle glücklich gewesen. Das Zeug war zwar leer, die Geschirrspül-Tabs, aber trotzdem hat es keiner mehr gesucht. Also haben wir Glück gehabt. Jakobs Muschel Gratin ist ein bisschen günstiger geworden. Alles klar, dann rennen wir doch gerade mal dorthin. Ist das nicht? Das da? Oh, das ist aber auch günstig. 273 nehmen wir dafür. 273, genau. Ja, irgendwie, momentan werden auch sehr viele Produkte ziemlich günstig. Das ist auch, das spielt mir auch nicht so ganz in die Karten. Das ist auch so ein bisschen gegen mich. Aber gut, es kommen auch wieder bessere Tage. Es kommen auch wieder bessere Tage. So. Genau, ähm, was wollte ich gerade machen? Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Da haben wir sie. Da ist, glaube ich, noch eine Packung drin. Jawohl. Ja, ich helfe jetzt erstmal wieder den Kollegen so ein bisschen mit, bevor ich dann weiter Dinge bestelle. Beziehungsweise, ja, wobei, da fehlen noch zwei Produkte. Warte ich mit dem Bestellen gerade mal. Kartoffeln gucke ich gerade noch mal weiter. Ob ich da noch ein paar unterbekomme. Jo, da noch eine. Beziehungsweise ein Sack. Und hier kann noch mal ein Sack hin. Wunderbar. So, dann haben wir das so. Das sind ja alles leere Kisten. Ich gucke mal, ob ich die eine Mehlpackung noch wegbekomme. Aber sowas von. Kann ich auch gerade mal hier noch mal eine Kiste Mayo mit reinnehmen. Das wird ich schon mal von der Straße bekommen. Und dann gucke ich gerade noch mal, was fehlt noch. Okay, Mayonnaise können wir direkt wieder auffüllen. Nehme ich also direkt hier noch mal eine Kiste raus. Füllen wir gerade mal auf. Aber ich glaube, das wäre wirklich eine gute Idee. Statt dem Soßenzeugs hier. Da vielleicht das Reinigungsmittelzeugs hin. Soßen vielleicht dann auf die Seite. Und Chips dann vielleicht dorthin. Das halt dann dorthin. Das war nicht optimal, weil dann das Haushaltszeug so ein bisschen auseinandergerobbt wird. Oder wir müssten halt die Toilettenpapiergeschichte umstellen. Aber gut, ich meine, es hat ja noch Zeit. Da können wir uns dann noch mal Gedanken drüber machen. Wenn es dann soweit ist. Ich meine, klar, ich könnte es jetzt auch umstellen. Aber dann habe ich hier trotzdem, wie gesagt, keinen Platz, um hier noch ein Regal hinzustellen. Um das Zeug hier wieder auseinander zu reißen. Da müssen wir dann schauen, wenn es soweit ist. So, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Sachen auffüllen. Genau, die Kollegen ein bisschen unterstützen. So, die Hot-Hot-Soße haben wir hier auch. Die haben wir da oben. Hot-Hot haben wir dort. Dann kümmere ich mich mal wieder ums Öl. Weil das Öl, das ist ja immer so das Letzte, was die Kollegen hier machen. Verstehe ich gar nicht. Aber anscheinend mögen sie es nicht. Die mögen sie nicht mirig. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, dann nehmen wir gerade mal das Olivenöl mit. Ich glaube, von dem anderen brauchen wir aber auch nochmal eine Portion. Ja, da ist auch noch ein bisschen viel Platz. Kiste müsste leer sein. Genau, Etikett ist weg. Also, weg damit. Dann nehme ich jetzt hier gerade mal die Kiste mit. Mal gucken, ob wir die sechs Flaschen noch unterbekommen. Ich denke ja schon. Ah, wobei. Nee, doch nicht. Drei Flaschen bleiben übrig. Hatte ich jetzt da alles voll? Ich glaube schon, oder? Ja, gut. Okay. Okay. Nur nochmal auf Nummer sicher gegangen. So, wir können uns gerade mal hier die Eierpackung schnappen. Ja, dann ist die Kiste leer. Schnappen wir uns gerade mal die nächste Kiste. Eigentlich wäre es auch richtig cool, wenn man hier so eine Papiermüllpresse hätte, oder? Ich meine, in der Realität hätte ja so ein Markt auch immer so Papierpressen. Ich würde es schöner finden, als hier immer alles und die Tonne reinzustopfen, die einfach nicht voll wird. Wo du einfach tausende Kartons reinschmeißen kannst und die wird nicht voll. Da tut sich einfach nichts ändern. So, ich glaube, ich bin hier rum schneller als durch den Markt. Dann schnappen wir uns gerade mal die nächste Kiste. So, dann haben wir noch die Viererpackung Eier. Die wir gerade nachfüllen können. Ja, Kiste ist auch wieder leer. Komm, ich nehme jetzt hier gerade mal das Mayo-Zeugs mit. Oh. Ich glaube, die kleinen Eierpackungen sind leer, oder? Kann das sein, dass gerade ein Kollege mit einer Kiste hier spazieren geht? Ja, der führt gerade hier ein paar Eier spazieren. Alles klar. Müsli, komm, gucken wir gerade mal nach. Vielleicht können wir da irgendwas auffüllen. Sieht ganz gut aus. Okay, eine Packung haben wir wieder übrig. Das bedeutet aber, dass wir das nicht nachbestellen müssen. Das finde ich gut. Aber ich glaube, Honeybees, oder? Ja, Honeybees haben wir doch noch ein bisschen übrig. Okay. Dann schauen wir mal nach denen. Da haben, glaube ich, auch recht viele gefehlt, oder? Ja. Können wir ordentlich was reinstopfen. So. Ähm, genau. Da ist das Zeug. Ja, man merkt, ich bin heute nicht ganz so auf der Höhe. Ich finde das Zeug nicht mehr, was ich vor zwei Sekunden aus dem Regal rausgenommen habe. Naja. So, haben wir einmal entsorgt. Das haben wir dann alles kontrolliert. Wollen wir gerade mal nach den Kuchen gucken. Ich weiß halt nie, was die Kollegen sich schon geschnappt haben und aufgefüllt haben. Das haben sie anscheinend schon aufgefüllt. Die anderen Küchlein aber, glaube ich, noch nicht. Da schauen wir gerade mal nach. Das sah jetzt nicht so hundertprozentig voll aus. Genau. Da passt noch ein bisschen was hin. Was könnten wir uns noch schnappen? Kaffee sieht voll aus. Tee. Tee ist auch sowas. Also Öl und Tee ist was, was die Kollegen nicht so gerne wegräumen, habe ich das Gefühl. So, schnappen wir uns gerade mal den grünen Tee. Zack, zack. Und dann haben wir hier noch den anderen Tee. Ich glaube aber, grünen Tee brauchen wir auch gleich nochmal. Genau, da ist auch noch ordentlich Platz. So, nächste Kiste leer. Ist egal, was für einen Tee wir jetzt gerade nehmen. Wir brauchen eh beide, die wir noch danach füllen. Boah, ich sehe gerade, wir sind kurz vor Level 63. Ja, nice. Vielleicht kommen ja dann mal mehr Kunden. Vielleicht dann zwischen 90 und 100. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt momentan hier schon drin ist im Spiel oder nicht. Aber ich finde halt, die Anzahl der Kunden sollte halt mit jedem Level mitsteigen. Wir wissen ja, dass das mit dem Level passiert. Dass das auch vom Level abhängt. Aber, ja, es müsste halt wirklich bei jedem Level zwei, drei Kunden mehr kommen. Damit du auch bei jedem Level quasi eine Belohnung kriegst, dass du besser geworden bist. Oder halt, ja, mehr Kunden glücklich gemacht hast und so weiter und so fort. Ja, das wäre einfach total motivierend und ganz cool. So levelst du halt hoch und du hast eigentlich nichts davon, weil es ändert sich eigentlich nichts. Gerade im höheren Level. Im tieferen Level, klar, du levelst die Level hoch und dann kannst du andere Dinge bestellen. Beziehungsweise neue Lizenzen und so weiter. Aber ab einem gewissen Level ist es halt nur noch so, du levelst halt hoch und du hast halt eigentlich gar nichts mehr davon, so wirklich. So, ich bräuchte Hühnerbein. Da haben wir es doch. Ja, ich würde jetzt einfach hier mal so ein bisschen weitermachen in dem Kühlregal. Wurde aber auch gar nicht so oft gekauft. Oder die Kollegen hatten schon aufgefüllt. Kann natürlich alles sein. Hackfleisch nehmen wir gerade mal mit. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, als würde ich hier alles auffüllen. Aber die Kollegen rennen auch die ganze Zeit durch die Gegend. Aber irgendwie sind die ultra langsam wieder. So, ich nehme mal die Steaks mit. So, ich glaube aber Kalbskotelett hat gerade wirklich ein Kollege aufgefüllt. Also da brauche ich nichts mehr machen. Den Rest habe ich jetzt aufgefüllt. Joa, Eier hatte ich ja auch aufgefüllt. Das hat nur aufgefüllt. Joghurt könnte man noch auffüllen. Das hatte ich dort her. Dann Joghurt. Den haben wir da. Joa, und dann kommt wieder der spannende Moment. Wie viel Geld müssen wir ausgeben fürs Nachbestellen? Hat es sich diesmal mehr gelohnt? Haben die Kunden mehr gekauft? Haben sie teurere Produkte gekauft? Und so weiter und so fort. So, ich glaube fast, dass wir auch Sushi brauchen. Sieht ziemlich leer aus hier hinten. Und ihr wisst alle, was das bedeutet. Das wird verdammt teuer beim Nachbestellen. Gerade halt hier oben das Zeug. Ich glaube, das waren die Muscheln. Oder war das das Schinken? Ich muss gerade nochmal schauen. War das das Schinkengebäck? Oder was war das nochmal genau? Ich glaube, es sind aber die Muscheln, oder? Man erkennt es schlecht, was für ein Etikett da jetzt wieder ist. Ich glaube, es ist aber eine komplett weiße Packung. Das müssten die Muscheln sein hier unten. Und dann ist es da oben eine komplett weiße Packung. Komplett weiße Packung fürs Kühlfach haben wir eigentlich nur die da. Das heißt, dieses Schinkengebäckzeug. Was auch ziemlich teuer ist. Naja. Gut. Wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als es wieder zu bestellen. Na gut. So, wie sieht es aus, Kollegen? Seid ihr fertig? Ich glaube, wenn die da hinrennen, haben wir alles soweit aufgefüllt. Dann kann ich endlich mit dem Nachbestellen loslegen. Dann können wir das in der Folge schon wieder hier ordentlich voranbringen. So. Toilettenpapier. Eins, zwei, drei, glaube ich, war das, oder? Ja, okay. Ich konnte jetzt aber nur zweimal draufsetzen, oder? Oder? Ja, oder? Jawohl. So, dann. Ich muss gerade nochmal draufsetzen, das Leuchtende. Von dem anderen haben wir noch da. Dann brauchen wir hier Schokolade. Hatten wir nicht auch Schokolade erst letztens nachbestellt? Davon haben wir aber noch da. Erdnussbutter brauchen wir auch. Oh, es rennt sogar. Ach nee. Ich wollte gerade sagen, die rennen sogar noch gerade durch die Gegend einzeln. Aber nee. Das sind die neuen Kisten, die sie durch die Gegend schleppen. So. Orangensaft haben wir noch da. Bier haben wir noch da, theoretisch. Aber, ja komm, die bestelle ich erst nach, wenn es leer ist. Fässer haben wir noch da. Haben sie heute irgendwie gar nicht gekauft gehabt. Also sehr wenig auf jeden Fall. Orangensaft haben wir noch da. Sechster Pack Milch. Haben wir somit wieder auf der Liste. Dann brauchen wir die Soda. Weißrotes Etikett. Haben wir jetzt dreimal auf der Liste. Und jetzt gleich ein viertes Mal. Gut. Dann brauchen wir hier oben das. Das war nochmal genau was. Da muss ich gerade nochmal hier nachschauen. Moment. Wobei das wieder von den Farben so ein bisschen abweicht. War das das? War das Ropiko? Ist das Ropiko, was da leer ist? Manchmal wünsche ich mir so eine Leiter. Oder dass man das halt so ablesen kann, was da das genau ist. Das könnte aber Ropiko sein. Blau oben am Etikett. Rot unten. Blau oben. Rot unten. Oder rötlich unten. Müsste Ropiko sein. Würde ich jetzt einfach mal auf die Liste setzen. Also vom ersten Blick her. Dann haben wir auch das wieder. Hähnchen bräuchte man zweimal. Eins, zwei. Wir brauchen Eis. Ganze viermal eigentlich. Passt jetzt gerade nur dreimal auf die Liste drauf. Dann einmal so. Nochmal hinzugefügt. Das hier war... War das Schinkengebäck? Ich bin mir nicht mehr sicher. Schinken und Käse. Das müsste das sein. Und ich glaube halt, wie gesagt, davon auch. Sind wir bei 1.577. Boah. Die letzten Folgen sind echt finanziell gar nicht so geil. Normalerweise haben wir immer so 1.000, 2.000, 3.000 übrig gehabt. Momentan wieder. Uiuiui. Jetzt brauchen wir auch noch großes Sushi. Das wird auch nochmal teuer. Aber danach müsste man doch eigentlich wirklich mal wieder alles nachbestellt haben, was teuer ist. Und dann müsste es auch mal wieder aufwärts gehen in den nächsten Folgen. Naja. So. Tunfisch haben wir noch da. Hier, Fleischzeug haben wir noch da. Alles gut. Wir brauchen aber Käse. Nein. Das wollte ich jetzt nicht rausnehmen. Wir brauchen Käse. So. Haben wir jetzt sechsmal auf die Liste gesetzt. Passt. So. Parmesan haben wir noch da. Das haben wir alles noch da. Öl haben wir noch da. Mayo haben wir da. Hot Hot Ketchup. Eier haben wir auch noch da. Hier unten die Viererpackung haben wir auch noch da. Brauche ich auch nichts nachbestellen. Hier wird es jetzt spannend. Spaghetti brauchen wir. Und brauner Zucker. Gut. Susu haben wir noch da. Von dem anderen Zucker haben wir noch da. Die Zuckersorten haben wir noch da. Pfeffermühlen haben wir noch da. Salz haben wir da. Kaffee haben wir noch. Tee haben wir noch. Geschnittenes Brot bräuchte man aber. Ah. Beziehungsweise ich gebe einfach nur Brot ein. Kann ich jetzt nur zweimal auf die Liste setzen. Nehmen wir noch zweimal mit. Und dann schauen wir nochmal hier. Mehl brauche ich zwei Sorten. Okay. Einmal das. Und einmal das. So. So. Jetzt sind wir bei 163. Jetzt sind wir schon wieder bei 20.913 angekommen. Und ich brauche noch Zeug. Also viel Gewinn haben wir heute auch wieder nicht gemacht. Das ist gerade eine Katastrophe. Ich weiß halt nicht was ich noch anders machen soll. Damit wir mehr Geld verdienen. Und das nicht ganz so unrealistisch gestalten. Also unrealistisch im Sinne von. Halt die Preise extrem erhöhen. Und hoffen dass es halt irgendein Idiot kauft. Aber das hat halt irgendwie. Klar wird in der Realität manchmal auch gemacht. Übrigens sind wir jetzt bei Level 63 angekommen. Mal gucken ob in der nächsten Folge mehr Kunden kommen. Aber das ist halt nicht das was ich gerne machen würde. Ich möchte halt schon die Preise fair halten. Und so weiter. Ich glaube das brauchen wir. Dann gucke ich gerade nochmal. Bleichmittel nehmen wir nochmal eine Kiste mit. Reiniger haben wir noch da. Das haben wir noch da. Na gut. Ich würde sagen wir bestellen das gerade mal nach. Ich glaube wir haben dann soweit alles durchgeschaut oder? Ich glaube ja. Gut das heißt wir können hier den Kollegen hier gerade mal helfen. Zack. Dann Mehl. Wohin damit? Tu mal da hin. Und dann haben wir hier noch eine Portion Kartoffeln. Und wenn ich jetzt wirklich an alles gedacht habe beim Bestellen. Dann haben wir ungefähr. 7-800 Gewinn gemacht in der Folge. Also jetzt an dem Öffnungstag. Was wir eben in der Folge hatten. Mehr war es leider wieder nicht. Ich meine Hauptsache Gewinn. Ja Kleinvieh. Ja Kleinvieh. Macht auch Mist. Deswegen zählt auch. Aber ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen zügiger vorankommen. Aber wie gesagt. Es spielt momentan alles so ein bisschen gegen uns. Viele Preise sind günstiger geworden für die Produkte. Es waren Kunden da in der letzten Folge, die wenig gekauft haben. Somit war das eigentlich nur Zeitverschwendung in dem Sinne. Weil wir haben einfach nicht viel damit einnehmen können, wenn Kunden kamen. Und wie gesagt, die Kundenanzahl ist ja limitiert. Und somit, wenn Kunden kommen und kaufen wenig, hat man einfach wenig Gewinn. Habe ich ja schon am Anfang erzählt. Und ja, ist nicht so optimal gelaufen. Heute in der Folge haben die Kunden ein bisschen mehr gekauft. Aber dadurch, dass die Preise halt als weiter abgesenkt werden, machen wir halt auch weniger Gewinn pro Produkt. Das ist halt auch so ein bisschen schwierig momentan. Naja, gut. Wir haben auf jeden Fall, würde ich sagen, alles nachbestellt, dass wir in der nächsten Folge direkt loslegen können. Und ich hoffe dann wirklich, dass es mal besser läuft. Ich möchte jetzt endlich den Ausbau wagen, damit wir hier umstellen können und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich hoffe auch, dass demnächst dann wieder die Folge ein bisschen länger wird. Weil normalerweise hätten wir jetzt ja nochmal eröffnen können. Aber wie gesagt, ich muss es heute so ein bisschen begrenzen. Sonst würde die Folge auch komplett ausfallen. Und genau, dann machen wir in den nächsten Folgen hoffentlich wieder ein bisschen mehr Fortschritt. Und die Folgen gehen wieder länger. Und dann sollte es wieder passen, genau. Ja, ich hoffe trotzdem, dass euch jetzt diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Beziehungsweise, Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Natürlich gerne den Kanal abonnieren. Aber ich habe noch nicht die Rechnung bezahlt. Und sehen wir eigentlich erst, wie viel wir übrig hatten. Was hatten wir? 19.000 irgendwas, nachdem wir alles nachbestellt hatten. Jetzt haben wir noch 20.345. Der Gewinn ist noch weniger geworden. Es ist eine Katastrophe. Naja gut, ich hoffe, dass es demnächst, wie gesagt, besser läuft. Wo war ich stehen geblieben? Gerne Kanal abonnieren. Gerne, wer möchte, den Kanal, den Discord-Server beitreten. Link dazu ist in der Videobeschreibung unter Social Media. Da ist ein Linktree, kann man draufklicken. Kriegt man alle möglichen Kanalix angezeigt. Und ja, wer möchte, kann auch gerne den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Wird dem Kanal ultra weiterhelfen. Und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und ja, falls ihr auf der Suche seid nach Spielen oder nach dem Spiel hier, könnt ihr euch das Spiel für ein paar Euro bei Instant Gaming kaufen. Und gleichzeitig den Kanal unterstützen, wenn ihr es über den Link macht. Für euch kostet das Spiel trotzdem nicht mehr. Oder falls ihr irgendwas bei Amazon bestellen wolltet, in der Videobeschreibung ist auch ein Amazon-Link. Den könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch was bei Amazon raussuchen und bestellen. Und dann unterstützt ihr damit auch den Kanal. Und für euch kosten die Sachen dann trotzdem auch nicht mehr dadurch. Genau. Dann vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.